Hallo zusammen, heute bin ich, ich bin Manuela, ich bin die Tochter von Manuela, ich bin Secklehrerin und habe heute einen kleinen Trick für euch dabei. Magst du uns das gerade erzählen? Ja, natürlich. Zugfahren kann mit einer Schulkasse recht anstrengend sein. Immer wenn man aus dem Zug aussteigt, muss man die Kinder nachzählen und schauen, dass man ja kein Kind vergessen hat. Und darum habe ich hier einen ganz einfachen Trick. Meine Klasse, die hat alle Nummern und wenn wir aus dem Zug aussteigen, sagen alle die Nummern in der richtigen Reihenfolge. Das 1 fängt an, das 2, das 3, das 4, das 5 und so weiter. Sie sind mittlerweile so gut, dass egal wo wir sind, sie gerade hinstellen und das 2 und es gerade anfängt oder das 1 anfängt, je nachdem. Wenn das 1 krank ist, weiss das 2. Und dann zählen sie durch und so habe ich sehr schnell immer meine Klasse gezählt. Danke vielmal Martina für den Trick. Danke vielmal Martina für den Trick.